Licensing Agent in a World of Brands von Sven Klöpping Alarmsignal. Ich sehe noch, wie das hologene 3D-Logo auf seinem T-Shirt klebt, kurz bevor es in Nanosekundenschnelle beginnt, seine Konturen zu verzerren und seine Spuren verwischen ins Nichts. Der rötliche Schimmer um den weißen Schriftzug flackert auf wie bei einer defekten Lichtröhre, bloß um Zeitbruchteile später in der unendlichen Hintergrundschmerze des realen T-Shirts zu versinken. Scheiß Schmarotzer. Gerade hat ihm der Strahl des Gesetzes ein verdammtes Loch in seiner Markenarroganz gebohrt. Der hat wohl gedacht, mit einem geklauten Cola-Schriftzug in 3D lassen sich die Weiber hier unten besonders gut abschleppen. Aber die Tour habe ich ihm gründlichst versaut. Jetzt steht er da wie ein Exhibitionist ohne Weichteile und glotzt Vakuumlöcher in die verblüfften Mädchengesichter um ihn herum. Wenn er eine Waffe zieht, muss ich ihn löschen. Hey, kannst du bei meinem Logo nicht mal eine Ausnahme machen? Morgen komme ich eh an Credits, dann ist alles wieder okay mit meinem Account und ruf doch mal deine Virtual Memory Card ab, du... Von wegen. Der steckt bis zum Hals in Credits, das kauft ihm doch keiner ab. Verdammt, soll er schwarz sehen, bis sein Account wieder sauber ist. Scheißkerl. Gar nicht draufhören. Ich leg den ersten Gang rein, flieg weiter, hör noch seine Argumente in meinen Arschkriechen. Ja, ja, ich zahl dir deine gottverdammten Royalties, mach doch nicht so einen Umstand wegen so einem beschissenen Holographic Problem, Alter. Ich reih mich wieder in den Verkehr ein und fahr einfach weiter. Mittelfinger bringen nichts bei den Typen. On the road again. Im Visual Sound Channel hinter meinem Lenkrad verrenken sich gerade ein paar intergalaktische Kometenschweifsurfer die Knochen. Dazu spielen sie, was ihr wollt, von den Smashers. Geht echt in die Beine, das Zeug, obwohl's ja schon ziemlich alt ist. Ich flieg bis zum Goethe-Schild, das schon seit ein paar Jahrzehnten dahängt und Werbung macht für irgend so'n Aftershave, das es wahrscheinlich gar nicht mehr zu kaufen gibt und nur noch aus Imagegründen da in der Gegend rumhängt. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Lizenz in Ordnung und ich muss rechts ab, auf den Highway. Im Vorbeischweben sehe ich noch einen alten Bekannten. Stevie Notwigs nennt er sich, hat seine Haare hochgestellt, Seiten abrasiert und aus dem voll lizenzierten Soundshirt dröhnen vergangene Melodien von Slime und den Sex-Pistols in meine Richtung. Der Typ ist halt ein echter Nostalgiker. Hey Agent, alles okay? Willst du nicht heute Abend im Anarchy UK mit deinem piekfeinen Alabaster-Schlitten mal aufkreuzen? Heute ist mein erster Auftritt. Er grinst mich fett und fläschig an, als ob er sich was von den neuen, frisch lizenzierten Mutter-Theresa-Pillen besorgt hätte, schraubt mit ungeheurem Taktgefühl weiter an dem glänzenden Stahlrundrohr, das den ganzen Highway erleuchtet, und weiß ganz genau, dass ich mit meiner gestalten Privat-Air-Disk niemals in seiner Anarchos-Belunke aufkreuzen würde. Hab ja auch keinen Grund. Da ist alles zu hundert Prozent lizenziert. Zweites Alarmsignal. Verdammt, ausgerechnet jetzt! Ein knallroter Cursor blinkt irgendwo in der Navigationsleiste. Das sind stark verkleinerte 3D-Hologramme, die sich bei der geringsten Berührung in ihre virtuellen Moleküle zerstreuen und meinen aktuellen Standpoint anzeigen. Per Touchscreen bestimme ich meine Route quer durch den Dschungel aus Straßen, Highways, Fluglinien, Seitenstraßen, bis ich innerhalb weniger Standard-Zeiteinheiten am Ort des Verbrechens eintreffe. Schäbige Wohngegend, Vorstadt-Ghetto, eintönige Fassaden. Hinter der fünften Mülltonne hockt einer von diesen verlausten Sprayer-Typen und wartet auf sein Urteil. So steht's im Protokoll. Als ich mich umblicke, merke ich auch schon, was los ist. Der Typ hat doch tatsächlich die komplette Fassade des Buckingham Palace auf die schmierigen, verrusten Wände der ganzen verdammten Scheiß-Straße gesprayt. Das gibt Ärger. Verdammt, warum bin ich über so eine Scheiße nicht schon früher informiert worden? Das kann mich den Job kosten, verfluchter Mist. Sorry, Control System failed. Ja, ja, fail dich selbst, du beschissener Apparat. Ich kann jetzt sehen, wie ich aus dem Mist rauskomme, oder hast du einen besseren Einfall? Keine Antwort. Kurz nochmal checken, ob der Strahler richtig sitzt, dann gleitet die Tür zur Seite und ich marschiere auf den verdammten Junkie zu und halte ihm meine Laserkanone direkt in seine holographische Mozart-Fresse. Ich wette, dafür hat er keine Lizenz. Allein das wär schon ein Grund, ihn mitzunehmen, aber ich hab noch was vor mit dem Wichser. Hey, Arschloch, was hast du dir dabei gedacht? Scheiße ich ihn an. Dabei muss ich mich noch kräftig zurückhalten, damit ich ihm nicht gleich hier und jetzt zur Begrüßung ein Paar aufs Maul trete. Der langhaarige, zottelige Typ stottert mit weit aufgerissenen Augen durch die Gegend, fängt an zu winseln. Anscheinend weiß er, was für einen verdammten Mist er mit seinem verstrahlten Schädel gebaut hat. Die Nadel steckt noch in seinem Arm, das Blech mit dem Stoff liegt neben ihm und glüht wahrscheinlich noch von der Flamme des Burning Tools. Was soll ich nur der Zentrale melden, verdammt? Unidentifizierter Penner sprüht seine Junkie-Visionen an Ghetto-Fassaden im fünften Bezirk? Klingt mehr wie aus dem schlechten 3D-Thriller, auch wenn's leider wahr ist, verdammt. Vielleicht ist dieser beschissene Bezirk sogar ein drittklassiger 3D-Thriller und ich merk's nicht mal, wie die Quoten sich über mich schräg lachen und die Touchwades den TKP in die Höhe treiben. Die Zentrale meldet zwar, dass sie Bescheid weiß über den Ausfall des Kontrollsystems, aber trotzdem bin ich jetzt in einer beschissenen Scheiß-Situation und kann nix dagegen machen. So eine heruntergekommene Sackratte! Fast hätte ich abgedrückt. Ich zittere, die Laserwumme kann jeden Moment losgehen. Private War Against Criminality. Oder wie war das? Einer gegen alle. Nur ein unkontrolliertes Zeigefingerzucken reicht aus und die Strahlung würde diesem lebensmüden Chaot das Gesicht zerfetzen wie einer nordsibirischen Wassermelone. Du Wichser! Morgen ist das alles weg! Brülle ich dem Typen mitten durch seine drogenvernebelten Wahnvorstellungen, mache eine ausholende Handbewegung, wobei der Penner zusammenzuckt und drehe mich wutschnaubend zu meiner Airdisk. Buckingham Palace! So ein Idiot! Talente hat er ja wenigstens. Sonst hätte ich ihn schon längst abgeknallt. Verdammt! Wenn er sich wenigstens eine Lizenz dafür leisten könnte, gäbe es überhaupt keine Probleme und vielleicht würde sogar ein verdammter Künstler aus ihm mit einem richtigen Markennamen auf seinem Identity-Chip. Aber so? Ach, eigentlich hätte ich ihn abknallen müssen. Wenn Sie mich lizenzieren wollen, müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. Michelin-Männchen zu den gelben Engeln während einer Gerichtsverhandlung die klären sollte, ob das bekannte Markensymbol im Jahr 2183 vom ADAC für seine eigenen Zwecke adaptiert werden darf oder nicht.